Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute ein kurzes Video dazu, wie man eigentlich merkt oder relativ schnell merkt und das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, verdeckte Narzissten zu erkennen. In meinem Kanal geht es um romantische Beziehungen mit Narzisstinnen und Narzissten. Ich erkläre hier nicht so sehr die Begriffe und auch nicht den narzisstischen Kreislauf so stark. Ja, woran erkennt man sie eigentlich? Ist es leicht? Ich glaube, einen offenen Narzissten zu erkennen ist nicht so kompliziert. Das merkt man doch ganz gut. Und ich glaube, dass auch die Schäden, die sozusagen verdeckte Narzissten anrichten, aufgrund dessen, dass sie ja halt verdeckt arbeiten, sehr, sehr viel größer sein können, weil man es einfach zu spät bemerkt. Weil ich lese ja auch ganz oft unter den Kommentaren, ich weiß überhaupt gar nicht, was los war. Alles war so schön und alles brach zusammen. Okay, dazu habe ich viele, viele Videos gemacht, wie sie wirken, was sie tun und so weiter. Aber ich glaube, eins fehlt noch. Und zwar, wie kann ich verdeckte Narzissten relativ leicht aufdecken? In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Tatsächlich. Das Hauptmerkmal, verdeckte Narzissten zu erkennen, ist eigentlich eins. Dass sie in ihrer öffentlichen Person völlig anders auftreten, als in ihrer, ich nenne es jetzt mal, privaten Person. Also wenn sie alleine sind. Weil sie arbeiten ja, wie gesagt, verdeckt. Ich will jetzt mal Beispiele nennen. Sie erzählen dir zum Beispiel, dass sie eine total lustige und freundliche und unterstützende Person sind. Dass sie ganz viele Verbindungen haben. Dass sie ganz viele Freunde haben. Dass sie ein glückliches Leben führen. Dass sie reisen. Doch wenn du ein bisschen dahinter guckst, wirst du feststellen, dass sie überhaupt gar keine unterstützende Person sind. Dass sie gar nichts für andere tun. Und dass sie in Wirklichkeit auch überhaupt gar keine Familie haben. Im Gegenteil. Ihr ganzes Leben, was hinter ihnen liegt, eigentlich nur ein Scherbenhaufen ist. Und dass sie alleine zu Hause hocken und Videospiele spielen, sage ich jetzt mal. Und ansonsten überhaupt gar keine Kontakte pflegen. Dass sie auch gar nichts tun. Oder dass sie so tun, als wären sie der totale Familienmensch. Bloß wenn du mal genauer hinguckst, haben die gar keine Familie. Beziehungsweise sie liegen mit ihrer ganzen Familie im Clinch und haben alle sozusagen vergrault. Das ist nämlich das nächste wirklich offensichtliche Thema, dass sie nämlich das Gegenteil von sich behaupten, was sie sind. Also es bedeutet jetzt nicht, es kann ja auch Menschen geben, die wirklich Pech hatten und die auch sehr, sehr einsam sind. Das sind keine verdeckten Narzissten. Aber die sagen das auch. Versteht ihr? Weil der Narzisst wird immer die Opferrolle spielen. Der Narzisst wird immer erzählen, dass er selbst oder sie selbst gar nichts dafür kann. Dass alle anderen Menschen um sie herum sie schlecht behandelt haben. Ein normaler Mensch, der wird von Anfang an ganz offen sagen und sagen, ja, ich habe so eine schwierige Zeit hinter mir und ich habe mich sehr zurückgezogen. Ein verdeckter Narzisst wird das nicht tun. Und wenn du dem auf die Schliche kommst oder ihr auf die Schliche kommst, dann werden sie dir ganz klar die Opferkarte zeigen. Sie tun so, als wären sie die behütende Mutter, der behütende Vater. Doch wenn du dann hinter die Kulisse guckst, wollen größere Kinder, mit denen meistens nichts mehr zu tun haben. Und kleinere Kinder sitzen einfach nur da, kommen niemals zum Vater oder zur Mutter und sind auch nicht liebevoll zum Vater und zur Mutter. Sondern die ziehen sich zurück, spielen alleine, aber kümmern sich eigentlich nicht so sehr gerne um diesen Elternteil, sage ich mal. Daran erkennt man eben sehr, sehr gut, dass zwischen dem, was die verdeckten Narzissen erzählen und was sie tatsächlich tun oder was sie erleben, Welten liegen. Und ein drittes Merkmal ist, wirklich wesentliches Merkmal ist, sie können sich nicht in dein Problem hineinversetzen. Bedeutet, du erzählst, was dich interessiert. Aber du wirst merken, dass das Gespräch, wo du sozusagen gerne daran festhalten möchtest, relativ schnell wieder in die Themen des oder der Narzisstin drehen. Also sie hören dir in Wirklichkeit überhaupt nicht zu. Sie gehen auch nicht in die Tiefe. Sie versetzen sich auch nicht in deine Situation. Sondern sie wollen aus diesem Thema ganz schnell wieder raus, um ihre eigenen Themen zu besprechen. Bedeutet, sie reflektieren in Wirklichkeit gar nichts. Und du merkst, dass sie an dir gar kein Interesse haben. Sie bauen nie auf deine Fragen auf, die du gestellt hast. Sie bauen nie auf dein Thema auf, was dich interessiert. Sie fragen nie nach deinen Hobbys. Sie fragen nicht, wie es bei dir privat gelaufen ist. Sie vergessen deinen Geburtstag. Alles solche Kleinigkeiten. Narzissten interessieren sich nur für sich selbst. Und da kommt der nächste wichtige Punkt. ganz besonders verdeckte Narzissten suchen sich Menschen aus, die sie aufwirken. Beispiel. Sie selbst sind weniger erfolgreich und suchen ganz besonders nach besonders erfolgreichen Menschen, die, ich finde jetzt keine bessere Erklärung, aber die eigentlich zu ihrer Schicht oder zu ihrem sozialen Umfeld überhaupt nicht passen. Und dann merkt man, dass sie eben brauchende Menschen sind. Sie brauchen ja immer irgendetwas. Und selbst Beziehungen haben ja nichts mit Liebe zu tun, sondern es geht darum, sie selbst aufzuwerten. Und deshalb versuchen sie am Anfang auch ihr echtes Leben so zu verstecken, um dir vorzumachen, wie gut sie zu dir passen. Bedeutet, diese freundliche, liebevolle, unterstützende Person, die du vorfindest, passt nicht zu dem realen Leben, was sie tatsächlich führen. Bedeutet, wenn ihr verdeckte Narzissten ganz leicht aufdecken wollt, achtet auf diese Gegensätze, dass das, was sie vorspielen, nicht mit dem übereinander passt, was im Hintergrund tatsächlich los ist. Beispielsweise privat sind sie total einsam, aber tun so wie ein Familienmensch. Sie tun so, als hätten sie eine große Karriere gemacht, doch wenn du genau hinguckst, ist nichts weiter als Asche. Sie tun so, als würden sie ihre Familie lieben und sie sind ein Familienmensch. Doch wenn du nach der Familie fragst, ist da nichts weiter als ein Scherbenhaufen. Wenn sie dir einen großen Freundeskreis vorspielen und du mal genauer hinguckst, stellst du fest, sie haben gar keine Freunde. Und so könnte man immer weiter erzählen. Also achtet auf diese Ungleichgewichte, ganz früh. Und das ist auch ganz leicht, das rauszufinden. Haltet euch zurück, mit Menschen schnell in eine Beziehung zu gehen, wo diese Ungereimtheiten da sind. Und dann solltet ihr recht gut aufgestellt sein. Okay, das war's schon für heute. Macht's gut. Tschüss. Ich war eben gerade draußen und hab Himbeeren gepflückt, um Marmelade zu machen. Und da ist mir noch eine wichtige Sache zu diesem Video eben eingefallen. Und zwar, das Gute daran ist nämlich, wenn man das weiß, dass diese Gegensätze sozusagen können verdeckte Narzissten nicht spielen. Das sind offensichtliche Gegensätze, die sie eben nicht verdecken können. So, das ist vielleicht nochmal wichtig. Weil die haben ja auch dazu gelernt, die gucken ja auch diese Videos. Aber ein kaputtes Leben und Desinteresse und dass man sich für überhaupt niemand anderen interessiert. Kaputte Familienverhältnisse, sich an Partner herantrauen, die eigentlich viel zu schön für sie sind, viel zu reich, wie auch immer. Das kann man nicht spielen und auch nicht verdecken. Das vielleicht nochmal als kleine Ergänzung zu diesem Video. Also, macht's gut. Ciao.